Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung und zwar zum Schlachtschiff Bismarck, einem historischen Schiff in World of Warships, vertreten auf der Stufe 8 im Forschungsbaum, für jedermann erspielbar. Ich stelle euch hier die ausgebaute Variante vor, also B-Rom, Feuerleitanlage erweitert und Antriebsmodifikation erweitert, alles auf dem maximalsten Ausbaustand. Dieses Schiff existierte tatsächlich, wie gesagt, in Dienststellung war am 24.01.1941, bekam dann Bekanntheit durch die Unternehmen Rheinübung, Durchbruch in den Atlantik, in der Dänemarkstraße, da wurde die Hood versenkt und die Prince of Wales schwer beschädigt. Des Weiteren nahm dann die britische Marine quasi die Verfolgung von diesem Schlachtschiff eben auf. Die Bismarck konnte den Verfolgern sogar entkommen, nur durch einen Funkspruch wurde die Bismarck quasi wiederentdeckt, weil sie angepeilt werden konnte. Die Swordfish-Bomber von der Ark Royal konnten dann die Ruteanlage der Bismarck im hinteren Bereich beschädigen, die konnten nicht wiederhergestellt werden. Und damit war das Schicksal der Bismarck mehr oder weniger besiegelt, liegt heute noch in 4800 Meter Tiefe, circa im Atlantik. Und ja, gehört der Bundesrepublik Deutschland aktuell. Das habe ich zumindest erfahren, als ich Wikipedia gelesen habe. Wie ist das Schiff jetzt im Spiel integriert? Wir haben hier natürlich eine ganz besondere Panzerungsanordnung. Das ist eine der Stärken der Deutschen. Wir haben nur ganz wenige Bereiche, die 32 Millimeter Panzerung haben, nämlich vorne und hinten eben. Hier vorne ist noch ein Panzergürtel eingezogen mit 60 Millimeter, die die Citadel in Ticken schützen soll. Allgemein sind die 32 Millimeter nur mit AP-Munition overmatchbar ab 460 Millimeter Kaliber. Das heißt Yamato, Musashi und eben Shikishima, wenn sie irgendwann mal ins Spiel kommen sollte, könnten da jetzt ohne weiteres eben durchschießen. Dann ist es natürlich eine extreme HAE-Anfälligkeit, die 32 Millimeter. Jedes Schiff, was irgendwie 32 Millimeter penetriert, ist dann eine potenzielle Gefahr, weil halt immer wieder Schaden in dieser Sektion gemacht wird. Die deutschen Kreuzer können euch eben auch entsprechend beschießen, weil sie eine erhöhte Penetration haben. Dann kommen wir schon zum Deck. Da ist die nächste kleine Schwäche, wenn man dazu sagen will, aber vielleicht auch eine größere Schwäche. Wir haben hier nur eine Deckspanzerung von 50 Millimeter und ich sage jetzt nur, das Deck an sich ist relativ stark gepanzert, auch im Vergleich zur anderen Nationen. Das Problem ist nur, dass darunter eben nichts mehr kommt. Bei vielen anderen Nationen ist hier noch ein Zwischendeck eingeflochten, bevor es zur Citadelle geht. Das ist hier eben nicht der Fall. Wir haben hier dann 100 respektive 80 Millimeter. Das ist ja nochmal mit den Aufbauten besonders geschützt. Also kommen wir am Ende so auf ungefähr 149 bis 150 Millimeter Panzerung, wenn wir jetzt einfach das Deck mit drauf rechnen als Panzerung sozusagen. Und das ist relativ dünn in Summe. Es gibt Schiffe, die sind deutlich besser gepanzert, zumindest von oben gesehen. Von der Seite, da sieht das nämlich alles schon wieder ganz anders aus und da haben wir also eine richtig gute Stärke der deutschen Schiffe. Und zwar die Turtleback-Panzerung. Wir haben hier außen an den Kasematten 320 Millimeter, im Innenbereich dann 120 bei diesem Überhang. Das ist natürlich an beiden Seiten gleich. Auch da sind es 120 Millimeter. Und dann haben wir an der Seite in der Citadelle 45 Millimeter, was die Bismarck mit 485 Millimeter Panzer hat. Im Optimalfall. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und sorgt eben dafür, dass die Bismarck kaum für horizontalen Beschuss verwundbar ist, gerade eben von der Seite. Ja, und das war es, was wir zur Panzerung sagen können. Und ich schicke euch jetzt direkt ins Gameplay und erzähle euch dann so ein bisschen was zu den Werten im Vergleich, so wie ihr euch hier auf dem Kanal bei uns gewohnt seid. Das Gameplay, was ihr jetzt seht, das ist von meiner Frau Rania83, die da mit ihrer Bismarck unterwegs war. Es gibt eine kleine Diskrepanz. Die Sekundärreichweite 10,8 Kilometer ist da angegeben. Die hat die Sekundärflagge nicht mit dabei gehabt. Deswegen ist da so ein Unterschied eben wahrzunehmen. Und nun kommen wir zu den Werten beider Bismarck. Fangen wir mit der Überlebensfähigkeit an, wie sie dazu schön gehört. Wir haben hier 69.200 Trefferpunkte zu Buche stehen. Das bringt uns auf Platz 4 der ganzen Schlachtschiffe, die wir hier vergleichen. Ich habe hier im Vergleich jetzt mit allen verfügbaren Schlachtschiffe auf der Stufe 8, die bereits im Spiel integriert sind, parat. Und besser bei den Trefferpunkten ist in dem Fall nur die Vanguard und die Vladivostok, sowie die Tierpitz. Die hat nämlich 100 Trefferpunkte mehr. Bei der Torpedo Schadensverrierung, da sind wir leider am unteren Ende der Nahrungskette angelangt. Da ist nur die Vladivostok schlechter mit 1%. Die hat nämlich 21%. Während wir hier halt 22% haben. Der beste Schiff auf der Stufe ist die Alabama mit 49%. Es gibt eben auch viele weitere Schiffe, die ein paar Prozent mehr haben an der Torpedo Schadensverrierung. Dann kommen wir schon zur Artillerie, die hier eine relativ wichtige Rolle spielt bei der Bismarck. Wir haben hier eine sehr hervorragende Ladezeit von nur 26 Sekunden der Hauptbatteriegeschütze. Die Turmdreh dauert 180 Grad, 36 Sekunden, ist à la Bonheur. Es gibt Schiffe, die sind schneller, aber es gibt auch Schiffe, die sind langsamer. Also wir sind so im vorderen Mittelfeld, Mittelfeldbereich. So in dem Bereich kann man uns einsiedeln. Die Roma dreht die Türme schneller, die Lenin dreht sie schneller. Langsamer ist zum Beispiel die Kyi, Amagi, Vladivostok und Monarch. Die maximale Streuung ist mit 272 Meter angegeben. Sigma-Wert bei diesem Schiff ist 1.8. Und das bringt uns jetzt eigentlich zu dem Punkt, der bei der Bismarck immer wieder auftritt. Und das muss man einfach so sagen, die deutschen Schiffe sind nicht die genauesten in World of Warships. Das ist auch in World of Warships so programmiert, wenn man dazu sagen möchte, so vorgesehen. Die Schiffe der Deutschen sollen nämlich hauptsächlich auf Kurz- und Mittelstrecke eingesetzt werden. Also ab 12, 13 Kilometer, da fangen die Deutschen an, richtig Spaß zu machen. Und deswegen empfehle ich ja zum Beispiel auch, wenn wir uns überhaupt für ein Sekundärbild interessieren, dann macht er auf den deutschen Schiffen am meisten Sinn. In Verbindung mit der guten Panzerung und der guten Sekundärreichwerte mit dem hohen Penetrationswert der Sekundär, die ja jetzt vor kurzem hier nochmal eine Verbesserung erlebt haben. Bei der Sprenggranate haben wir 4400 Alpha Damage. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert, der schlechteste Wert für T-8 Schlachtschiffe. Dafür haben wir aber wieder den üblichen hohen Penetrationswert. Ein Viertel Penetration bei der HE-Granate mit 95 Millimeter. Eine der höchsten Werte. Da kann dann halt nur die Vanguard und die Monarch mithalten. Das ist so typisch britisch. Die haben auch ein Viertel Penetration. Alle anderen Schlachtschiffe sind einfach schlechter. Brandwahrscheinlichkeit hier 34%. Das heißt, ich habe sie gar nicht verbessert. Weder mit Signalflaggen noch mit dem Sprengmeister oder so. HE, der Pen-Wert, der ist wichtig. Das macht auch durchaus Spaß, gerade auf angewinkelte Schiffe die Spitze zu entstehen. Kann man mit der Bismarck gut mal mit HE draufschießen. Das würde ich auch von der Sache empfehlen, weil bei 80er hier die AP-Munition durchaus schnell mal zu abprallern oder eben ja Nicht-Penetration einfach führt aufgrund der Eigenschaften der Granate bei AP. Deswegen HE kann man schon mal benutzen. Aber die Hauptbewaffnung der Schlachtschiffe ist AP bei der Hauptbatterie. Also das muss man trotz alledem sagen. Das Wechseln der Granate ist eben aber trotzdem entscheidend, um seinen Schaden zu maximieren. Weiter geht es dann schon mit der AP-Granate. Die hat hier 11.600 Trefferpunkte zu Buche stehen. Auch das ist hier kein Spitzenwert, sondern eigentlich auch wieder der schlechteste Wert vom Alpha-Damage der AP-Granate her. Muss das aber ein bisschen relativieren. Dafür haben wir eine sehr kurze Ladezeit. Also deutlich kürzere Ladezeit als andere Schiffe. Gegenüber den russischen Schiffen haben wir einen Vorteil von 7 Sekunden. Und auch die Gascogne oder Richelieu. Da sind wir 2 bis 4 Sekunden schneller von der Ladung. Und das macht halt über das Spiel dann eben den Unterschied auch teilweise wieder aus. Das muss man ja zum Ticken ausgleichen. Wir haben hier eine Penetrationsfähigkeit von 391 mm auf 20 km. Auf 15 km sind es 457 mm und auf 10 km 544 mm. Auch da muss man sagen, die Penetrationsfähigkeit der AP-Granate, der Bismarck, aber auch eben der Tierpitz, ist nicht gerade besonders hervorragend. Wir bewegen uns da auch eher am unteren Ende des Mittelfelds von der Durchschlagstärke. Da sind sogar die französischen AP-Granaten eben besser. Die haben nicht nur einen höheren Alpha-Damage, sondern kommen auch besser durch die Panzerung durch. Dann geht es eigentlich weiter. Wir haben hier Standardabprallwinkel, 0 bis 30 Grad, keine Penetration möglich, jetzt seid ihr overmatcht. Das heißt, overmatchen würdet ihr alle Schiffe, die 27 mm Panzerung haben oder weniger. Da wird ja die Panzerung von eurer Granate ignoriert. Das heißt, sie fliegt direkt durch in die nächste Sektion sozusagen und macht da dann hoffentlich dementsprechend Schaden. 30 bis 45 Grad sind dann, gibt es ja eben die Chance auf Penetration oder eben Abpraller und ab 45 Grad findet dann die Penetrationsberechnung eben statt. Und ihr müsst mindestens 63 mm Panzerung mit eurer AP-Granate durchschlagen und dann löst der Zündverzögerer von 0,033 Millisekunden aus. Wenn ihr die Panzerung berührt und eine Penetration stattfindet, dann verbessert die Granate ihren Winkel um 6 Grad. Man spricht davon Normalisierung und das ist eben ein standardisierter Wert hier für diese Kaliber. Das ist zu eurem Vorteil. Der Weg durch die Panzerung wird quasi kürzer. Aber so muss man sich das vorstellen. Die Mündungsgeschwindigkeiten für HE- und AP-Granaten sind hier übrigens identisch mit 820 Meter die Sekunde. Die Granatengeschwindigkeit ist damit relativ hoch im Vergleich zu allen anderen Schiffen auf der Stufe 8 Seite damit ganz vorne mit dabei und auch eure maximale Kampfentfernung mit 21,2 Kilometer ist relativ gut im Verhältnis zu anderen T-8 Flachtschiffen. Reichweite ist aber, wie gesagt, relativ. Dadurch, dass die Bismarck relativ ungenau ist, viele deutsche Schiffe würdigen nicht unbedingt auf 21,2 Kilometer schon als Feueröffnung, bloß vorliegen Gegner am Horizont. Bei der Bismarck gibt es aber nicht nur die Hauptbatterie, sondern eben auch die Sekundärgeschütze, die ich euch nebenbei eingeblendet habe. Ihr könnt die ausbauen bis auf 11,3 Kilometer und ihr habt eine sehr hohe Penetration, weil eben auch hier die Sekundärgeschütze seit kurzem jetzt ein Viertel Penetration bekommen haben. 26 Millimeter Panzerung mit den 105ern und mit den 150 Millimetern sogar 38 Millimeter Panzerung. Da könntet ihr sogar T-10 Schlachtschiffe der Amerikaner durchs Deck penetrieren. Also das ist wirklich schon eine ganz respektale Sache und deswegen ist das auch für mich immer nochmal der Fakt, die einzigen Schiffe, die sich wirklich lohnen, sekundär auszurichten, ohne dass man da zusätzlich nochmal IFAs gillen muss, spätestens jetzt, wo da 50% Brandwahrscheinlichkeit verloren geht und so eine ganze Geschichte, macht das eigentlich bei den Deutschen durch die hohe Penetration eben und die hohe Reichweite, kombiniert mit der tollen Panzerung, die er benötigt, um eben vorne einigermaßen länger überleben zu können. Die Franzosen haben auch eine gute Sekundärreichweite, aber haben eine weiche Panzerung überzogen mit komplett 32 Millimeter und so weiter. Also das ist das Problem. Weiter geht es dann mit der Flugabwehr. Auch da muss man leider sagen, ist die Bismarck leider nicht das stärkste Schiff, auch eher am unteren Ende oder hinteren Mittelfeld angesiedelt von der Bug-Effizienz. Wir haben hier nur 5,2 Kilometer Reichweite eingeteilt in Kurz-, Mittel-, Langstrecke. Die Werte seht ihr gerade eingeblendet. Ja, das ist halt, naja, ein bisschen schade. Wir haben hier einen Wert von 303. Das ist halt wirklich viel als kontinuierlicher Schaden durchschnittlich über alle Flugabwehrsektoren gerechnet. Ja, Granatenexplosion 7, auch in dem Bereich halt von 5,2 bis 3,5 Kilometer. Ihr holt die Flieger nicht runter, bevor sie nicht die Torpedos im Wasser haben. Das ist so meine Erfahrung, die ich in den Gefechten hier so gesammelt habe. Bei der Manövrierbarkeit haben wir 32,6 Knoten zugestehen. Damit sind wir eins der schnellsten Schlachtschiffe auf der Stufe. Besser sind nur die Franzosen, Herr Gascog und Richelieu. Und wir sind sogar einen halben Knoten schneller als unsere Tierpitz, das Schwesterschiff, der Bismarck, welches auch im Spiel verfügbar ist. Wendekreisradius 850 Meter und 16 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist wiederum eher der hintere Mittelfeld. Es gibt einige Schiffe, die besser und sportlicher sind in Sachen Wendung, auch wenn es teilweise nur um 10 Meter sind oder wenn es um eine Sekunde geht. Aber nichtsdestotrotz sortiert uns das vom Ranking eher ins hintere Mittelfeld ein. Bei der Erkennbarkeit ist es leider genauso. Auch da sind wir nicht sonderlich weit vorne. Geht teilweise nur um ein paar hundert Meter. Aber da sind wir auch eher im hinteren Mittelfeld angekommen. Erkennbar ist die Luft 10,6. Erkennbarkeit zu Wasser hier in meiner Version 14,3. Bei den Verbrauchsmaterialien hat die Bismarck 4. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam eingebaut. 15 Sekunden Wirkungsdauer, 76 Sekunden ist die Ladezeit. Das ist unbegrenzt verfügbar. Bei der Reparaturmannschaft haben wir hier in Slot 2 415 Trefferpunkte, die pro Sekunde wiederhergestellt werden. Das dauert alles 28 Sekunden. Also könnt ihr über 11.500 Trefferpunkte potenziell wiederherstellen. Fünf Aufladungen mit der Inspekteurskillung. Dann haben wir in Slot 3 habe ich mich hier für den Jäger entschieden. Da könnt ihr auch das Auflehnungsflugzeug nehmen. Allerdings macht das aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Weil ihr schon ewig weit schießt, recht ungenau seid von der Streuung her. Von daher macht der Jäger mehr Sinn, weil eure Flagge eher schlecht ist. Die wollen wir ja dann vielleicht ein bisschen verbessern. Und in Slot 4 kommt die Besonderheit. Der Bismarck hat einzige Schlachthoffscher Stufe 8 mit hydroakustischer Suche. Torpedos werden 3,5 Kilometer aufgekehrt. Schiffe 5 Kilometer sogar. Manchmal hilft das durchaus, das auch gegen Schiffe einzusetzen. Und wir haben 4 Aufladungen im Premium. In der Premium-Version ab Update 094 gibt es ja keine Premium-Verbrauchsmaterialien mehr. Dann werden die Werte der hydroakustischen Suche 2 quasi zu den Standardwerten. Und die ganze Geschichte wird kostenlos werden. Bei den Verbesserungen habe ich in Slot 1 eingebaut die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Ich möchte meine Hauptgeschütze schützen vor Ausfällen. Torpedowerfer werden auch noch geschützt. Die hat die Bismarck allerdings nicht. Aber die Tirpitz hatte sie. Dafür hat die Tirpitz keine Hydroakustik. Also das sind diese Tauschdinger, die man da eingehen muss. Kommen wir zu Slot 2. Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1. Weniger Brandwahrscheinlichkeit und weniger Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. In Slot 3, durch den Sekundärbild, habe ich mich hier für die Sekundärmodifikation entschieden. Mehr Reichweite und weniger Streuung der Sekundär. Dann haben wir in Slot 4 Schadensbegrenzung Systemmodifikation 2. Einfach die Dauer der Brände und die Dauer der Flutung wird um 15% reduziert. Und in Slot 5 habe ich mich für die Tarnsystemmodifikation trotz alledem entschieden. Und hier wird eben die Streuung der Genangranaten auch um 5% erhöht. Und meine Erkennbarkeit sinkt um 10%. Ganz wichtig, erachte ich das auf jeden Fall, weil die Bismarck halt auch regelmäßig in T10 oder T9-Gefechte kommt. Und wenn du ein T10-Schiff bist, dann willst du zuerst das T8-Schiff beschießen, wenn du dann luxuriös vielleicht in der Breizeite auf 21 Kilometer fährst, wo ich aber so weit schießen kann. Präziser schieße ist die Bismarck ein angenehmer Ziel. Deswegen suche ich mir eher die Möglichkeit, als Bismarck-Fahrer möglichst lange getarnt zu bleiben. Also zumindest in dieser Version ist Tarnung die durchaus sinnvolle Variante. Und dann geht es weiter mit den Signalen. Ich gehe hier nur auf die Kampfsignale ein. Die obere Reihe links angefangen. Ich erhöhe den kontinuierlichen Flaggschaden um 5% mit der November Echo Set der 7. Dann geht es weiter mit der Mike Yankee Soxy Six. Das ist die Flagge, die meiner Frau in ihrem Gameplay fehlt. Die Sekundärreichweite wird um 5% erhöht. Die Ladezeit wird verringert. Und die Streuung der Sekundärgranaten wird auch um 5% verringert. Dann habe ich noch vorne geskillt Hotel Yankee. Den Rammschaden an Gegner, dadurch, dass wir nahe zu Gegnern sind durch die Sekundärskillung, kann auch mal schnell zu Kontakt kommen. Und so kann ihr vielleicht weiter im Gefecht bleiben, wenn der andere eben versenkt wird durch euren Rahmen. Dann geht es in der zweiten Reihe weiter. November Fox Trot. Verbrauchsmaterialien werden schneller parat gestellt. Nämlich 5% schneller. Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit des Schiffes. Und dann haben wir die drei typischen Flaggen fürs Überleben. India Delta. Mehr Reparaturpunkte bei der Reparaturmannschaft. 20% nämlich mehr. Reparaturdauer des Wassereindrucks wird um 20% reduziert mit der Juli Yankee Biso 2. Und die Zeit für die Brandbekämpfung wird auch um 20% reduziert mit der India Yankee Flagge. Nach den Signalen gucken wir uns noch die Tarnung an. Ihr habt hier, wenn ihr das Schiff gerade erst neu bekommen habt, die Möglichkeit halt 3000 Tublonen für eine Typ 18 Tarnung Bismarck auszugeben. Für alle älteren Hasen unter euch. Es gab in der Vergangenheit viele Events, wo ihr Typ 8 Tarnung oder P8 Tarnung bekommen konntet. Zum Beispiel hier vom Meeresgrund Bismarck und so eine ganze Geschichte. Oder an Unsinkbarer Sam. Da gab es auch eine Bismarck Tarnung. Dann gab es hier diese Halloween Tarnung und so weiter. Also da gab es einige, die haben alle die gleichen Werte. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%. Streuung der Granaten plus 4%. Also der gegnerischen Granaten natürlich. Schiffswartungskosten minus 10%. Und EP je Gefecht um 50%. Erhöht. Dann schauen wir uns den Kapitän an, den ich hier drauf habe. Das ist ein Mix-Skill, hatte ich ja von vornherein gesagt. Das ist nicht ganz sekundär, aber auch nicht ganz überleben. Deswegen habe ich mich hier wie folgt entschieden. Vorrangiges Ziel, präventive Maßnahmen. Dann haben wir hier in Reihe 2 den Adrenalinrausch drin. In Reihe 3 den Inspekteur, um eben mehr Aufladung pro Verbrauchsmaterial zu haben. Und in der vierten Reihe von oben gesehen, habe ich mich dann für die verbesserte Schießausbildung entschieden, um eben bei den Sekundärgeschützen mehr Reichweite zu bekommen. Nämlich 20% mehr Reichweite. Und dann habe ich noch den Brandschutz dabei. Risiko des Brandes um 10% reduziert. Und die Anzahl der Feuerquellen auf dem Schiff wird von 4 auf 3 verringert. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir eben das manuelle Feuer in der Sekundärbewaffnung noch. Was mir dann hier eine Streuungsreduzierung von 60% bei den Sekundärgranaten einbringt. Das ist halt eine ganze Menge. Und damit haben wir dann eigentlich die hohe Sekundärreichweite gepaart mit ein bisschen was an Überleben. Wir haben mehr Reparaturmannschaft parat. Und eben halt die weniger Anzahl an Brände auf dem Schiff. Dann schauen wir uns das Pro und Contra bei diesem Schiff an. Wie immer fange ich dann zuerst mal mit den positiven Sachen an. Also positiv bei der Bismarck ist eigentlich die Nachleihzeit der Hauptgeschütze. Die tolle Sekundär, damit meine ich die Reichweite-Penetration-Kombination. Dann geht es weiter. Einmalig Hydroakustik. Die horizontale Panzerung des Schiffes ist toll. Die Geschwindigkeit. Und viel Trefferpunkte. Das sind so die positiven Werte. Man könnte noch die Viertel-Penetration der HE-Granater dazu nennen. Was durchaus toll ist, wenn da nicht der geringe Alpha-Damage wäre. Negativ ist auf jeden Fall mal die Dex-Panzerung. Die ist sehr anfällig gegen Flieger. Gerade die, die eben AP-Bomben abwerfen. Der geringe HE-Alpha-Damage, den ich eben schon genannt habe. Die unterdurchschnittliche Flugabwehr. Die unterdurchschnittliche AP-Penetration. Also 391 mm auf 20 km. Das ist durchaus in Ordnung. Und das sorgt auch für Penetration bei genischen Schlachtschiffen. Aber im Verhältnis zu anderen Schlachtschiffen der Stufe 8 ist die Bismarck von der Penetration der AP-Granate eben eher unterdurchschnittlich. Also unteres Mittelfeld. Und das ganz Wichtige, was eigentlich auch noch ein Dollar negativer Wert ist, ist eben die Ungenauigkeit der Hauptgeschütze. Die einen ab und zu einfach mal wirklich richtig trollen. Und ihr seid wirklich gezwungen, mit eurer Bismarck schon in dem Bereich von 13, 14 oder weniger Kilometer zu fahren, um den Gegner auch wirklich beeindrucken zu können. Nicht nur, weil dann die Sekundär vielleicht schon anfängt zu schießen, sondern weil dann auch eure Hauptgeschütze mal ein bisschen was undamaged eben auspacken. Und dann kommen wir zum Fazit bei der Bismarck. Ich habe die Bismarck immer noch im Hafen, wo ich sie ganz früher mal gespielt habe. Inzwischen spiele ich sie selten noch. In Vorbereitung auf dieses Video habe ich sie dann ein bisschen häufiger gefahren und ein bisschen was ausprobiert. Auch nochmal ein Überlebensbild ausprobiert. Mich persönlich überzeugt eigentlich diese Variante, die ihr immer noch am besten macht. Mir ist halt die perfekte Mischung zwischen Überleben und Spaß irgendwo. Und deswegen fahre ich World of Warships, weil ich natürlich auch am Ende ein bisschen Spaß haben will bei der ganzen Geschichte. Ja, es ist ein Schiff, wo sowieso jeder von euch durch muss, der zum Kurfürsten möchte. Ich habe sie aus sentimentalen Gründen vielleicht im Hafen, aus geschichtlichen Gründen im Hafen. Und sie macht immer noch eine ganze Menge Spaß, gerade wenn man mal in Gefechte kommt, wo man wirklich gut auch die Sekundär mit einsetzen kann zum Teil. Dann passt sie ganz gut. Also ein guter Teamplayer ist das durchaus, um da so ein bisschen Damage auf sich zu ziehen und mit der Sekundär die Gegner dann eben ein bisschen wegzurotzen. Und jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, empfiehlt uns gerne weiter euren Freundinnen und Freunden, die World of Warships spielen. Und dann sage ich danke für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Leistung wieder. Tschüss, sagt euer Seacross-Team und euer Andi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.